Die Stufenpyramide in Saqqara in Ägypten war diese Pyramide Teil einer antiken vergessenen chemischen Industrie. Klingt völlig absurd. Also ein Forscher namens Geoffrey Drumm, der vertritt diese Theorie. Und naja, mit dieser Theorie möchten wir uns jetzt mal ein bisschen genauer beschäftigen. Betrifft nicht nur diese Stufenpyramide, sondern auch andere Pyramiden, die wir in Ägypten nochmal genau untersuchen möchten. Und da schließt sich natürlich die Frage an, naja, hat die aktuelle Mainstream-Erklärung der Archäologie, der Ägyptologie zu der Stufenpyramide denn so viele Lücken, dass man da irgendwie noch annehmen könnte, dass das Bauwerk mal einen komplett anderen Zweck erfüllt hat, als eben später von den ägyptischen Dynastien, von den Königen dieser Zeit genutzt worden zu sein für auch Bestattungen und so weiter. Also ist das möglich, dass das irgendwie übernommen wurde? Das sind die Dinge, die wir in dieser Videoreihe weiter besprechen möchten. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen hier auf dem Kanal Faith.Science. Ich bin der Jascha Schmitz. Und der Kanal hier soll dir und mir helfen, selbstbestimmt eigene Schlüsse ziehen zu lernen, beziehungsweise das zu optimieren. Und dazu hinterfragen wir hier ganz unzensiert theologische Dinge sehr oft, also Fragen, wo es um die Bibel oder heilige Schriften geht. Wir hinterfragen hier Wissenschaft, wir hinterfragen Geschichte. Und in dieser Reihe hier sind wir bei Geschichtsthemen. Wenn es dich interessiert, ich verlinke hier oben mal die komplette Playlist. Auch jetzt zum letzten Video nochmal dann sozusagen der Link dabei, wo wir so den Einstieg gewagt haben in diese ganze Thematik. Und wie gesagt, jetzt diesmal möchten wir uns hier mit dieser sogenannten Stufenpyramide in Saqqara beschäftigen. Mit diesem ganzen Komplex, der hier zu sehen ist. Wir möchten einen Einstieg wagen. Also das nächste Video wird auch noch weiter darauf eingehen. Aber wie du es hier schon siehst, war das nicht nur die Pyramide, sondern ringsherum ein großer Komplex von Bauten, die noch dazugehörten. Hier im Hintergrund sieht man es noch. Eine kleinere Pyramide, die mittlerweile zerfallen ist. Und so weiter. Hier eben diese kleinen Gebäude. Also wahnsinnskomplex, der ja heute noch relativ gut zu sehen ist. Ich zeige das mal ganz kurz, wenn ich einmal hier umspringe auf Google Maps. Da kannst du dir das noch anschauen. Wenn du da mal suchst nach Saqqara-Pyramide, dann wirst du das finden. Oder hier Djoser-Pyramide wird sie genannt. Weil vermeintlich der König Djoser oder sein Baumeister Imhotep diese Pyramide im Jahr 2600 ungefähr vor Christus erbaut haben soll. Das, so die offizielle Theorie dazu, kann man nachlesen auf der Seite von Wikipedia. Die Stufenpyramide des altägyptischen Königs Djoser. Djoser-Pyramide aus der dritten Dynastie des alten Reiches um 2700 vor Christus. Das ist eben aus der Erklärung hier die älteste Pyramide und hat eine nicht quadratische Grundfläche. Langer, langer Artikel. Den werden wir uns nachher auch noch ein bisschen genauer angucken. Ein paar Sachen dazu sind nämlich ganz spannend. Womit ich mal anfangen wollte, ist eigentlich so der Aspekt oder eine Erklärung vom Joffrey Drumm selbst. Der hat nämlich nicht nur Videos dazu gemacht, die auch unten drunter in den Links zu finden sind, auf Englisch alles. Sondern er hat ein Buch geschrieben, The Land of Cam, wo er seine Theorie, diese Technologie, diese technologische Theorie, eigentlich in so einen kleinen Roman verpackt hat. Also wo ein Novize aus, ich glaube Island, dann halt nach Ägypten kommt und in einer früheren antiken Zeit vor den Königsdynastien mit den wirklichen Baumeistern da in Berührung kommt und die ihm erklären, wofür die ganzen Sachen da waren. Und da hier mal ein Auszug. Also hier steht der, also es ist jetzt auf Deutsch, habe ich es mal übersetzt, die zwei Absätze. Der Bau der Pyramide, steht da jetzt in dem Roman an einer Stelle, ist untrennbar mit der Geschichte der Besiedlung des Niltats durch unser Volk verbunden. Das erzählt diesem jungen Alchemisten sozusagen hier ein Mitglied dieses Ordens der Chem. Also die in dem Land Chem diese Bauwerke errichtet haben. Er sagt hier, Okay, hier noch der nächste Absatz. Kurzer Stopp. Er mischt hier den Roman mit Fakten, also mit Dingen, die wirklich passiert sind. Und das möchte ich gleich mal zeigen, wenn wir den Absatz hier zu Ende gelesen haben, dass die Sahara, vielleicht weiß es der eine oder andere, wirklich mal grün war. Aber dazu gleich mehr. Ich lese noch zu Ende. Die wach. 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 Total Afrikas eigentlich blühende Landschaft war und bebaut wurde und sich die Überlebenden der früheren Katastrophe da ausgedehnt haben. Ja und mit dieser Theorie beschäftigen sich tatsächlich, also das ist eine Sache, die halt von den Geologen und Archäologen auch im Grunde genommen ja so gesehen wird, dass es das gab. Ich spring mal hier in einen Artikel hinein. Überschrieben, Climate Controlled Holocene Occupation in the Sahara, Motor of Africa's Evolution. In diesem Artikel geht es darum, wie klimatische Veränderungen die Besiedlung der Sahara mit beeinflusst haben oder dieser ganzen Region um den Nil herum, also nicht nur das Niltal selbst, da ist heute ja auch Landwirtschaft, sondern wirklich in die Wüste hinein. Und hier sind dann auch nachher Grafiken dazu, gucken wir uns gleich nochmal genauer an, wie hier im Grunde genommen so eine Besiedlung sich verändert hat von 8500 vor Christus bis Jahr 3500 hinein, also kurz vor der Zeit der ägyptischen Dynastien dann oder beziehungsweise bis zu dem Beginn. So, ich spring mal ein bisschen hier hin und her. Ja, weil wir uns hier mal angucken, also die frühen Dynastien, erste und zweite Dynastie Ägyptens wird nämlich ab dem Jahr 3000 eingeordnet. Vorher haben wir jetzt eben die Prä-Dynastie, die Periode Neolithikum und so weiter. Und in dieser Zeit, hier eben vor den ägyptischen Dynastien, die sich dann hier so durchziehen, über die Jahre von 3000 bis zum Jahr 250 sind wir jetzt hier sogar in dieser Zeitleiste, interessiert uns alles jetzt nicht so sehr. Aber die Theorie ist eben, dass in der Zeit hier vor 3000 die Sahara grün gewesen ist oder Afrika grün und fruchtbar gewesen ist. Also nochmal das PDF. Hier vor 8500 wäre die Sahara also hier sichtbar, also dieser Bereich um den Nil herum auch versandet gewesen, Wüstenregion gewesen, kaum Niederschlag. Und die ganze Besiedlung zu dieser Zeit hätte am Nil hier stattgefunden. Jeder Punkt hier sind Funde, die man sozusagen da irgendwie in diese Zeit zurückortet, verortet. Und dann ab dem Jahr 8500, da gab es eben diese Veränderung im Klima. Und wir sehen hier, die roten Punkte verschieben sich weit weg von dem Nil ins Landesinnere hinein. Es gab eine Besiedlung im Landesinnern Afrikas. Es war grünes Land, kann man sagen. Also da war fruchtbares Land. Deswegen über mehrere Jahrtausende, also über fast 5000 Jahre hinweg, war die Möglichkeit, auch diese Bereiche Afrikas zu besiedeln. Und erst dann ab dem Jahr 3500 ungefähr hat sich das dann verändert, dass die Trockenheit zurückkehrte. Dazu nochmal einen Text und zwar aus, habe ich es geöffnet oder nicht? Aus diesem Buch hier. Archeology of the Images and the Words of the Ancient Egyptian World From Pools of Goen Saharan Cultures to Current Sociological Parallels Was für ein schrecklich langer Titel. Da möchte ich mal vorlesen. Ein paar Dinge, die ich auf Deutsch übersetzt habe. Die Ostsahara, insbesondere die ägyptische und die nubische Westwüste, wurden während der Holozenen feuchten Phasen zwischen 9000 und 5000 v. Chr. besiedelt. Nach 7000 v. Chr. bildete der holprige Rückgang der Humidenphase, also Feuchtigkeit, den zeitlichen Rahmen für die Entstehung der viehzüchtenden afrikanischen Lebensweise aus der Jäger- und Sammlerwelt. In der Mitte des 6. Jahrtausends v. Chr. verursachten zurückweichende Monsunregen den Beginn der Austrocknung der ägyptischen Sahara. Was eine dramatische Entvölkerung der meisten Gebiete in der ägyptischen Westwüste zur Folge hatte und einen geringeren Rückgang in der heute nubischen Westwüste wegen des geringeren Rückstoßes der Sommerregengürtel im Süden. In der ersten Hälfte des 4. Jahrtausends v. Chr., in der fortan in ganz Ägypten Wüstenbedingungen herrschten, verließen die Bevölkerung die westägyptische Wüste in Richtung Niltal, ein Umzug, der mit den Anfängen der pharaonischen Zivilisation an seinen Ufern zusammenfällt. Und noch später für ein sudanesisches, heute fossilhydrographisches Netzwerk, ein Knotenpunkt zu einem weiteren Hinterland, das sich in Richtung der früheren Megaschatzzone und der heutigen Omo-Flussregion erstreckt. Das letzte war jetzt nicht mehr so wichtig. Worum es uns jetzt hier ging, ist, die Forschung bestätigt also tatsächlich, dass es eine klimatische Veränderung gab, so vom Jahr 9000 bis zum Jahr 5000, war dann eben die Region hier bewohnbar und fruchtbar, wo heute Wüste ist. Und da stellt sich natürlich generell auch die Frage, was ist alles noch unter dem Wüstensand verborgen? Was ist da mittlerweile zugeweht? Weil wenn du alte Bilder zum Beispiel von der Sphinx kennst, da guckt ja nur noch der Kopf aus dem Wüstensand raus. Und das in einer Region noch am Niltal selbst, also was ist jetzt hier wirklich in der tiefen Wüste noch alles unter dem Sand zu finden? Das wäre wirklich interessant, weil diese Punkte, die hier eingezeichnet sind, naja, das sind zumindest Zivilisationen, das sind Dinge, die gefunden wurden, also die man zuordnen kann zu früheren Siedlungen, dass da eben diese Region bewohnt war. Ja, also das erstmal zu dieser Theorie von Geoffrey Drumm, die er aufgreift in seinem Buch, was er jetzt sozusagen als Zusatz nimmt, ist, er sagt, naja, dieser Bereich, die Pyramide hier, das wie sie gebaut worden war, wurde sozusagen in dieser fruchtbaren Phase gebaut. Also nicht als die Besiedlung des Niltals und die ägyptischen Dynastien, die eigentlich Bekannten angefangen haben, 3000 oder sowas vor Christus, sondern er sagt eben, Moment mal, diese Bauwerke seiner Theorie nach stammen die aus einer Zeit davor, sie wurden nur von den Pharaonen übernommen und zweckentfremdet als zum Beispiel Gräber oder heilige Städten für ihre Rituale. Aber eigentlich waren die Teil einer chemischen Industrie, die in der Zeit vorher sogar die Landwirtschaft mit unterstützte. Jetzt haben wir vorhin was von Methan gelesen, was hat das alles mit Methan zu tun? Also das werden wir uns dann noch später angucken, was es damit auf sich hat und wie jetzt auch die Stufenpyramide hier technisch genutzt wurde. Du siehst hier noch in dem Video, ja, dass da wirklich abgefahrene Gänge unten drunter sind, hatte ich letztes Mal auch schon ein bisschen gezeigt. Also dieser ganze Komplex ist wirklich hochfaszinierend. Nochmal ganz kurz, ups, jetzt springe ich hier ein bisschen falsch herum, so. Also wie es denn damals so ausgesehen haben kann und wie es heute aussieht. Hier nochmal ein Bild, das so ein Hin und Her. Also so sieht es heute aus, verfallen, verlassen, hier diese beiden Gebäude, das und das. Das ist sozusagen wieder hergestellt, wie man vermutet, dass es ausgesehen haben könnte. Und jetzt eben nochmal als Animation, wenn man sich das anguckt, wie das per Computergrafik sozusagen rekonstruiert wurde. Vermutlich, also mit Fragezeichen auch bei etlichen Dingen, könnte es dann so ausgesehen haben. Ja, und wie gesagt, nach Geoffrey Drum, er vermutet, das stammt aus einer Zeit, in der halt andere klimatische Bedingungen geherrscht haben. Das Ganze, als das Klima sich änderte, konnte das technisch nicht mehr betrieben werden. Kommen wir auch noch drauf. Warum nicht mehr? Hat mit den Regenzeiten sogar zu tun. Was aber jetzt erst mal so die Frage sein soll. Und ja, wir hatten uns jetzt erst mal beschäftigt mit der Frage Stufenpyramide. Wieder als Teil chemischer Industrie. Und waren jetzt hier bei den Siedlungen gewesen. Wie gesagt, ich verlinke das alles. Also hier dieses Dokument und so, wo das hier drin war. Ach, hier ist noch eine andere interessante Grafik. Die wollte ich ja auch noch zeigen. Also das ist hier die eine Grafik. Mit den Siedlungsflächen, sozusagen. So. Die wir jetzt hier hatten. Und weiter oben im Text ist eine Grafik. Das ist nochmal hier ganz schön eingezeichnet, finde ich. Also wie gesagt, wenn es dir in Ruhe anschauen möchte, ist das kein Ding. Das ist jetzt vielleicht erst mal auf den ersten Blick ein bisschen überfordernd. Aber was hat es damit auf sich? Hier oben hast du den Zeitstrahl wieder. Das weiße. Also von Jahr 9000 bis zum Jahr 2000 ist es hier eingetragen. Und hier auf der linken Seite ist ja alles so ein hellgelber Bereich. Dann wird es hier grün. Und dann wird es hinten wieder gelb. Und diese ganzen einzelnen Punkte, die hier eingezeichnet sind, in den verschiedenen Zeiträumen, sind Besiedlungsspuren. Innerhalb verschiedener Regionen. Also das hier sind die Namen der Regionen. Und hier diese kleinen Pöppelchen und Streifen. Und die Kühe, die da abgebildet sind, wenn ich ein bisschen näher rangehe. Das sind dann eben hier mit den Nummern dran die archäologischen Fundstätten von Siedlungen. Die also in diesem ganzen Bereich, wo heute Wüste ist. Oder naja, vielleicht wäre da noch viel mehr drunter. Aber die eben in den heutigen Wüstenregionen. Ja, damals darauf hinweisen, dass da Menschen gelebt haben. In einer fruchtbaren Zeit. Also nichts mit Wüstensand, sondern fruchtbare Gegend. Ganz anderes Klima als heute. Ja, und dann irgendwann, ab 5000 ging es wieder los, dass die Wüste, also die klimatischen Bedingungen sich geändert haben. Und die Wüste zurückgekehrt ist. Und das Land wieder vereinnahmt hat. Und dann haben wir hier eben nur noch bestimmte Regionen, wo auch später noch gesiedelt wurde. Das mal dazu. Also soweit zu den Siedlungen in der Sahara. Was uns jetzt interessieren soll, ist mal die Frage, und dann werden wir uns jetzt noch ein paar Minuten beschäftigen, warum man die offizielle Theorie zu der Stufenpyramide hinterfragen darf. Ist es nicht so, dass die offizielle Theorie vielleicht ganz felsenfest und logisch und gut begründet ist? Und was wir dazu machen, ist, wir werden uns primär als erstes dem Artikel widmen, der, naja, kennst du, ne? Wikipedia ist wirklich so immer der sowohl politische als auch wissenschaftliche Mainstream. Da hast du nichts an kuriosen, abweichenden Meinungen oder sowas, grenzwissenschaftliche Sachen kommen da nicht vor. Deswegen nehmen wir mal als offizielle Quelle für dieses Hinterfragen, ob die Theorie, die offizielle, wirklich so gut ist. Dann nehmen wir doch mal einfach den Wikipedia-Artikel. Und wie findet man jetzt heraus, ja, wie stichhaltig die Erklärungen zu dem Artikel sind? Gut, also als erstes sollte man sich das hier alles mal durchlesen. Das ist natürlich ganz klar. Hier geht es in dem Artikel um den Bau der Pyramide, Umstände des Baus, die Stufenpyramide. Es geht hier um die Entwicklung in Baustufen. Die Pyramide war nämlich in verschiedenen Baustufen nicht immer von Anfang an eine Pyramide, sondern war am Anfang so ein flacher Bau. Als Mastaba wird es eben so bezeichnet. Das ist eben, so nennt man das, dieser flache Bau. Flache Gräber eigentlich, Mastaba. Und damit ging es los. Das kann man heute noch nachvollziehen durch, naja, diese Bauabschnitte sind wohl noch relativ gut auch sichtbar. Da bin ich jetzt nicht der Experte, der das prüfen kann oder nicht prüfen kann. Das nehme ich denen jetzt mal einfach ab. Auch jetzt selbst Joffrey Drum mit seiner kuriosen Theorie, dass die Stufenpyramide ein Teil einer chemischen Industrie war. Selbst er zweifelt da nicht dran. Also dass diese Bauabschnitte sozusagen echt sind. Also dass die Pyramide in bestimmten Stufen erweitert wurde. Da gibt es übrigens auch, dann habe ich das hier noch, einmal ganz kurz schauen, was Bilder angeht. Kurz mal eben durchgehen. Das war es nicht. Das haben wir hier, genau. Also in diesem Bild, in dieser technischen Zeichnung hier, erkennst du das relativ gut, in welchen Bauabschnitten die Stufenpyramide gebaut worden ist. Also der älteste Bereich hier, das ist dieses Gelbe. Also was jetzt von oben sichtbar ist eben. Dieses Gelbe, Mastaba. Hier unten an den Gängen wurde auch erweitert. Aber was von Anfang an eben da war, ist dieser extrem lange Schacht hier. Ein Zugangsschacht hier. A, also dieser schwarze Pfeil hier, der hier rüber geht. Falls du das siehst, du kannst meine Maus jetzt gerade leider nicht sehen. Aber da ist eben, ja, ich hoffe, du erkennst das. Das Gelbe hat unten eben diesen langen Schacht nach unten. Und dann so einen schrägen, der da zuläuft. Das meine ich. Dann der zweite Bauabschnitt wird hier als Pyramid 1 bezeichnet. Dann Pyramid 2. Eben in, ja, diesem Blauton, diesem Liderton. Also das sind die Bauabschnitte, in denen die Stufenpyramide nach und nach erweitert wurde. Genau, das wollte ich hier kurz zeigen. Hier haben wir eine technische Zeichnung von der Pyramide mit dem ganzen Gangsystem, die hier unten drunter zu finden sind. Hatte ich auch gerade in dem Video kurz gezeigt. Und da ist auch direkt anzumerken, kommen wir gleich auch nochmal zu, dass die Pyramide eben nicht nur jetzt so von den Erbauern genutzt wurde, sondern dass später in den Dynastien bis hin in griechische und römische Zeit auch immer weiter da noch irgendwie Gänge dazugefügt wurden und das eben anders verwendet wurde. Das heißt, das zu rekonstruieren, wie der ursprüngliche Baum mal aussah und welche Gänge nur jetzt ganz ursprünglich sind, ist also eine Herausforderung. Und damit möchte ich mal wieder zurückgehen zu dem Artikel auf Wikipedia. So, hier haben wir ihn. Genau. Ja, und der Frage, wie finden wir jetzt heraus, ob die offizielle Theorie wirklich nid- und nagelfest halt belegt ist oder ob die offizielle Theorie auch noch Fragezeichen enthält und man sozusagen auch annehmen könnte, dass die Pyramide vielleicht doch schon Nutzung vorher hatte und vor Giosa existiert hat. Wie findet man das raus? Na ja, indem man einfach hier den Artikel liest und mal sucht nach Wörtern, wo es darum geht, na ja, es könnte sein, es lässt vermuten, wahrscheinlich, möglicherweise, bislang nicht geklärt, ungeklärt und so weiter. Also diese ganzen bunten, unterstrichenen Wörter, die du hier siehst, das sind alles Textstellen, wo ich mal markiert habe, wo etwas unklar ist oder wo etwas mit einem Fragezeichen versehen ist. Und du siehst, das ist eigentlich hier in dem ganzen Artikel, wenn man immer weitergeht, überall sind eben diese Sachen nicht geklärt, möglich vermutet, könnte möglicherweise Theorie, die Funktion ist bislang umstritten, könnte vermutlich. Also überall diese Sachen. Ich habe es mal versucht zu zählen. Also ich habe jetzt in einem Text mit, wo es jetzt um den Bau hier geht, mit 3600 Wörtern, habe ich 39 Stellen sozusagen, an denen Vermutungen geäußert werden. Das heißt, alle 92 Wörter hast du eine Vermutung in diesem Artikel über den Bau der Pyramide, der Djoser-Pyramide. Um mal ein paar Beispiele zu nennen. Also gehen wir hier mal los von, wo fängt da an? Hier die Stufenpyramide. Das erste ist die Entwicklung von Mastaba zur Stufenpyramide. Aber dann hier Unterbau der Pyramide. Da steht hier, Funde von Alabaster und Kalksteinfragmenten mit Sternenmuster um die Grabkammer. Lassen vermuten, dass es sich dabei um Überresten der Manövrierkammer handelt, da Material und Dekorationen dem der Manövrierkammer im Südgrab ähneln. Lauer vermutet hingegen, dass die Granitgrabkammer eine Grabkammer ersetzte, die in einer früheren Bauphase eingebohrt worden ist. Okay, also hier merkst du schon, hier geht es um den Unterbau der Pyramiden. Da steht einmal Vermutung und dann wird hier jemand anders noch zitiert, ein anderer Forscher, der hat eine andere Idee. Okay, gehen wir hier weiter. Möglicherweise handelt es sich um eine Neubestattung von Grabbeigaben, also um bei diesen Gefäßen, die da gefunden wurden, aus von Djoser restaurierten, beschädigten alten Gräbern. Der Grund, warum diese Gefäße jedoch nicht anderen Grabbeigaben in Galerien des Djoser-Grabs umgesetzt wurden, ist bislang nicht geklärt. Also da wieder Sachen, die nicht geklärt sind. Dann haben wir hier beim Pyramiden-Komplex. Da steht hier, bei der Ausführung der Elemente des Komplexes wurden einige in funktionaler Architektur ausgeführt, andere aber in einer sogenannten fiktionalen Architektur. Interessant, schon mal gehört, fiktionale Architektur? Also funktional hat eine Funktion, fiktional hat gar keine Funktion. Ist symbolisch. Während erstere Bauten vermutlich eine Funktion in der Grabbegräbniszeremonie hatten, dienten letztere dem K des Pharao im Nachleben. Also die ersten haben vermutlich eine Funktion und die anderen sind halt fiktionale Architektur, haben also eine symbolische Bedeutung. Ich will ja gar nicht sagen, dass die Sachen nicht so genutzt wurden in späteren Dynastien, dass da halt auch Dinge religiös genutzt wurden. Aber du merkst hier wieder ein Beispiel, das ist vermutlich eine Funktion. Können wir mal weiter gucken. Der große Graben wird hier erwähnt, der geht um den ganzen Komplex herum. Steht hier der Eingang zu dem Komplex, erfolgt vermutlich zwischen den Grabenenden nach Svedim, könnten die Nischen, die hier waren, einem symbolischen Ersatz für die Nebengräber der ersten Dynastie darstellen, die die Dienerschaft des verstorbenen Pharao mit ins Jenseits nahmen. Neben der symbolischen Funktion ist es möglich, dass der Graben als Steinbruch für das im Pyramidenkomplex verwendete Material diente. Ja, also vermutlich, vermutlich haben wir hier wieder, dann haben wir hier die Mauer. Nach Lauer könnte die Mauer eine Nachbildung des Palasts in der damaligen Hauptstadt gewesen sein, was aber noch nicht bestätigt werden konnte. Okay. Ja, Eingangsbereich Südgrab. Auch interessant, da steht jetzt das Südgrab. Zeige ich gleich auch nochmal. Das Südgrab stellt eines der rätselhaftesten Elemente des Djoser-Pyramidenkomplexes dar. Aha, hier unten, die Bedeutung des Südgrabs ist noch unklar. Nach Firth und Edwards könnte es sich um ein provisorisches Grab handeln, aber auch ein symbolisches K-Grab ist laut Ricke und Gécœur denkbar. Mit letzter Möglichkeit würden das Südgrab einen Vorläufer der späteren Kult-Pyramiden darstellen. Hm. Ob eine Bestattung im Südgrab stattgefunden hat, ist nicht geklärt. Also, nicht geklärt, nicht geklärt. Die Funktion des Südgrabs ist nicht geklärt. Es ist interessant, dass man es dann Grab nennt, wenn die Funktion nicht geklärt ist. Warum nennt man es dann so? Kann ja auch was ganz anderes gewesen sein. Also, man nennt es erstmal Grab und sagt dann, die Funktion ist nicht geklärt. Und, wie gesagt, das hier ist der Wikipedia-Artikel. Der Südhof. Aha, der Südhof bilden das größte freie Areal im Djoser-Komplex. Mhm. In seiner nordöstlichen Ecke sind die Überreste eines kleinen Tempels zu finden. Der Zweck dieser Objekte ist bislang ungeklärt. Es könnte jedoch ein Zusammenhang zum symbolischen Lauf des Seedfests bestehen. Also, wieder, es ist ungeklärt. Könnte einen Zusammenhang zu einem Fest haben. Gut. Ja. Seedfest, Festhof, diese Gebäude, die da an der Seite waren, sind, es deutet darauf hin, dass sie nicht für eine tatsächliche Verwendung im Rahmen von Seedfesten, sondern zur jenseitigen Verwendung im Rahmen des Herrscherkults gedacht waren. Also, wieder, nee, nee, die wurden gar nicht verwendet, sondern das waren diese fiktionale Architektur. Die waren eigentlich dann für die Toten gebaut, dass die als Geister da irgendwie vielleicht was machen können oder so. Sag ich mal ein bisschen flapsig. Der Totentempel steht, zahlreiche Korridore, Galerien und Räume bilden das Innere des Tempels, die Deutung und Rekonstruktion der verschiedenen Komponenten des Tempels ist schwierig, da er sich in seinem Aufbau deutlich von allen späteren Totentempeln unterscheidet. Hm, ist ja komisch, ne? Also, der Totentempel unterscheidet sich von allen späteren Tempeln, aber man nennt ihn trotzdem Totentempel. Warum ist der denn so anders gebaut gewesen? Also, war das vielleicht ein Komplex, der eine ganz andere Funktion hatte, bevor spätere ägyptische Dynastien das für irgendwelche Rituale genutzt haben und da noch ein paar Hieroglyphen hinterlassen haben? Kann das sein, dass das eben eine ganz andere Funktion hatte? Ja, und du merkst, was ich hier zeigen wollte, ne? Westgalerien hier hinten und noch ein Riesenkomplex, hier auf dem Bild, ne? Also hier dieser ganze Teil da hinten, die Westgalerien, werden die hier genannt. Die Westmassive mit ihren darunterliegenden Galerien gehören zu den rätselhaftesten Strukturen des Pyramidenkomplexes. Der Unterbau der Westgalerien besteht aus langen Gängen und über 400 Kammern. Der Verwendungszweck dieser Kammern ist noch nicht geklärt. Der generelle Charakter lässt sie als Lagermagazine erscheinen, jedoch sieht Lauer sie als mögliche Gräber der Dienerschaft Josas, die geopfert wurden, um dem Pharao im Nachleben zu dienen. Allerdings wurden die Praxis, die Dienerschaft bei der Bestattung des Pharaos zu opfern, bereits in der ersten Dynastie aufgegeben. Rainer Stadelmann vermutet, dass es sich dabei um Überreste eines früheren Grabs aus frühdynastischer Zeit handeln könnte, möglicherweise das Grab des Chashe-Mui, wobei allerdings keine Usurpationen vom Königskräbern im Alten Reich bekannt sind, dass es übernommen wurde. Ja, so merkt es auch wieder hier, jetzt haben wir hier den Rainer Stadelmann, ein angesehener Forscher, was Ägypten angeht, gar keine Frage. Dann haben wir eben hier Lauer, der erwähnt wird, ihre Theorien unterscheiden sich wieder, man merkt hier, naja, die sagten hier hinten in diesem Bereich, da wurden wahrscheinlich dann einfach die ganzen Angestellten beerdigt. Das waren alles Gräber, 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 Gräber. Also man kommt immer auf Grab und Tempel. Wir haben Tempel und wir haben Grab. So, das ist so die Sachen, die man sich hier vorstellen kann in der Ägyptologie. Der Nordhof, also und hier haben wir einen Blick vom Nordaltar über den Nordhof. Ja, das nördliche Areal des Komplexes ist bislang noch nicht systematisch untersucht worden. Steht hier, auf dem Plateau befinden sie eine 8x8 Meter groß und einige Zentimeter tiefe Vertiefung. Die Funktion dieses Elements ist bislang noch umstritten. Stadelmann interpretiert es als ein Sonnentempel. Die Vertiefung könnte dann die Position als Obelisken bezeichnen. Allerdings sind weder ein Obelisk noch Fragmente eines solchen gefunden worden. Von der Nordwestecke der Umfassungsmauer erstreckt sich in östliche Richtung eine weitere Magazingalerie. Diese stellte vermutlich Kornkammern dar, da sie runde Einfüllöffnungen in der Decke besitzen. Also du merkst hier, all das, was wir jetzt hier gelesen haben, bei diesen ganzen Strukturen, naja, man müsste eigentlich sagen, okay, irgendwie scheint man sich bei keinem so richtig sicher zu sein, wofür es denn da war. Und es ist auch so, dass weiter geforscht wird. Also es ist jetzt nicht so, dass diese Stufenpyramide komplett erforscht ist, sondern dass da halt, wie es hier auch gerade stand, dieser nördliche Hof und so, dass weiter Forschungsgruppen da sind, Forschung erfolgt, um ja noch mehr zu Tage zu fördern. Vielleicht ein bisschen problematisch, sage ich jetzt mal, wenn man immer aus dieser ägyptologischen Sicht da drauf guckt. Also wenn man jetzt immer davon ausgeht, wir müssen eigentlich hier Kultstätten haben, wir müssen Gräber haben, wir müssen Tempel haben, wir müssen irgendwelche Heiligtümer nur haben und man gar nicht den Gedanken zulässt, dass es sich eben um andere Funktionen gehandelt haben könnte, als irgendwelche Kultfunktionen. Übrigens, was den Bau der Pyramide angeht, was ich sagte, eben diese Bauabschnitte, steht hier noch etwas zur Bedeutung der Pyramidenentwicklung, dass auch die exakte Entwicklung der Pyramiden heute nicht nachvollziehbar ist. Also hier steht, wenn auch kein zweiter Grabkomplex nach dem Muster der Djoser-Pyramide gebaut wurde, so waren doch verschiedene Elemente stilprägend. Die exakte Entwicklung ist heute nicht mehr nachvollziehbar, da die beiden nachfolgenden Projekte, die Zeremeret-Pyramide und die Schraber-Pyramide nicht vollendet wurden. Also auch hier, selbst da noch mal ein Fragezeichen. Also du merkst, bei diesen ganzen Sachen der Pyramide, diesem Komplex, den wir jetzt hier haben, entstehen sehr, sehr viele Fragezeichen. Also deswegen unsere Unterschrift, die gerade hier drunter ist, weshalb man die offizielle Theorie hinterfragen darf, weil selbst der Mainstream, jetzt hier der Wikipedia-Artikel, aufzeigt, deutlich aufzeigt, dass es da nicht eine einheitliche, perfekte Erklärung für diesen Pyramiden-Komplex gibt. Falls es dich übrigens interessiert, bestimmte Sachen genauer anzugucken, also auf Google Maps, was jetzt hier offen ist, kannst du hier einfach auch hier auf die Bubble klicken, dann kriegst du auf der linken Seite das Foto angezeigt von der Stufenpyramide und wenn du das anklickst, kannst du dir hier nochmal im Grunde genommen ganz viele Fotos angucken von Dingen, die da halt in diesem Komplex zu finden sind. Unter anderem eine Sache im Südgrab, also Anführungszeichen Südgrab, weil beim Südgrab war ja angegeben, dass man die Funktion eigentlich nicht kennt, also kann es auch was anderes gewesen sein, aber beim Südgrab dahinter ist eben auch hier diese Grube zu finden, die da halt, ich weiß gar nicht, 30 Meter oder sowas, also die, ja ich glaube 30 Meter nochmal in den Boden hinunter geht und das ist ganz interessant, weil es im Jahr 2007 eine relativ intensive Forschungsaktion gab von litauischen Forschern, die haben ja diesen ganzen Bereich der Pyramide genauer untersucht. Hier zum Beispiel in diesem Artikel wird das beschrieben, was sie da untersucht haben und da möchte ich mal vorlesen, ist jetzt wieder auf Englisch, hier mal übersetzt, also 21. August 2007, während ihrer letzten Kampagne hat die litauische wissenschaftliche Mission, die bereits mehr als zwei Jahre in der Stufenpyramide von Saqqara im Rahmen ihres Joint Ventures mit dem ägyptischen Obersten Rat für Altertümer unter direkter Aufsicht von Dr. Sayawas gearbeitet hat, erfolgreich einige zusätzliche Dokumentationsarbeiten durchgeführt, die für die Sicherung und Restaurierung des ältesten Steinmonuments der Welt sehr wichtig sind. Die für dieses Programm bereitgestellten Ressourcen, das waren 15 Wissenschaftler, stellten das größte wissenschaftliche Team dar, das in der Geschichte dieses kleinen, aber wissenschaftlich hochentwickelten baltischen Landes jemals im Ausland eingesetzt wurde. 15 Wissenschaftler unter der Aufsicht des Oberste Rat für Altertümer ist nicht die korrekte Übersetzung, aber gut, diese Behörde für Antiquitäten für Altertümer, die war damals noch, ist jetzt mittlerweile nicht mehr, unter dem Dr. Sayawas, dem letzten Pharao Ägyptens sagen manche, also das war unter seiner Aufsicht durchgeführt worden. Was wurde untersucht? Es wurde untersucht, also Fortführung der sehr detaillierten 3D-Scanner und Fotogrammetrie für die verbleibenden Fassaden und weiter in das sieben Kilometer lange unterirdische Stollensystem. Sieben Kilometer Gänge, Wahnsinn, also sieben Kilometer Gänge, das ist schon irre, und die wurden halt per Fotogrammetrie, also so 3D-Fotos, also beziehungsweise ganz viele Fotos von der Umgebung werden gemacht und die kann man nachher in 3D wieder zusammensetzen, dass man halt sozusagen in 3D da durchlaufen kann. Genau, das haben die gemacht. Bisher wurden mehr als 320 Millionen Messungen mit perfekter Georeferenzierung gesammelt, die in einem GIS-System verwaltet werden. Um die Form der Pyramiden Fundamente, das umliegende ursprüngliche Bodenrelief und die Schichtstruktur des Untergrunds genau zu untersuchen, wurden einige geophysikalische Untersuchungen durchgeführt per Ground Penetrating Radar, also Radar, was in Boden hineingeht. Das hat man auch gemacht. Was steht in Wikipedia zu diesen Forschungen? Ja, da steht auch was dazu. Also hatte ich hier markiert in grün. Neuere Forschung, also Zitat Wikipedia, neuere Forschung eines lettischen Teams unter Leitung von Bruno des Landes mittels Bodenradar ergaben zudem Hinweise auf mindestens drei weitere Tunnel, die von außerhalb der östlichen Begrenzungsmauer zu den elf Ostgalerien getrieben wurden, sowie einen weiteren Tunnel, der die südlichen Kammern des Hauptgrabs mit dem Südgrab verbindet. Okay, Südgrab hatten wir gerade hier. Das hier, Südgrab, also hier ist diese komische Grube bei dem Südgrab. Die ist verbunden über einen Gang, der im Jahr 2007 gefunden wurde. Da ist die verbunden mit, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz, ähm, ins Innere der Pyramide hinein. So, weil im Innern der Pyramide ist hier dieser verrückte Schacht, sage ich mal. Siehst das hier auf der rechten Seite, ne? Ähm, so, ah, Spiegel. So. Also, das hier ist der Schacht in der Djoser Pyramide. Wenn man da hineingeht, sieht das so aus. Schon abgefahren, ne? Genau, das wollte ich zeigen. Und das war vorhin auch auf diesem Bild gewesen. Jetzt mal ganz kurz gucken. Haben wir das hier auch nochmal drin? Da nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht. Da auch nicht. Ja, hier. So, Pyramide von innen. Ah, das sieht man hier aber nicht so gut, Marta. Ich zeige es hier nochmal. So. Also. Na, nicht springen. Tut mir leid. Also, hier siehst du es nochmal in der Mitte, dieser rechteckige Schacht, der hier runter geht. Also, dieser verrückte Schacht, dieser lange, wenn man da, also hier durch diesen, diesen, ach ja, ich kann meine Maus wieder nicht benutzen. Mensch, das ist doch ärgerlich. Ich wollte es doch eigentlich hier mit der Maus zeigen. Kriege ich es irgendwie hin? Ne, müssen wir jetzt so durch. Also, die Pyramide im Inneren hat auf jeden Fall diesen 10 mal 12 Meter großen und 30 Meter tiefen Schacht, den wir hier sehen. So sieht es dann aus. Und dieser Schacht, den man jetzt hier eben in der Pyramide drin hat, der ist mit außen verbunden mit diesem Schacht, der ganz außerhalb der Pyramide liegt, am Südgrab. Das ist etwas, was man erst 2007 gefunden hat und ich verrate dir jetzt schon, dieser Umstand, also dass die beiden miteinander verbunden sind, spielt auch eine Rolle für die technische Funktion der Pyramide, auf die wir dann im nächsten Video kommen. Da wird es genau aufgeklärt, was da gemacht wurde. Aber das gehört eben beides zusammen, das ist relevant, also diese beiden Dinge. Ja, und wie gesagt, Wikipedia bestätigt, dass es diese Forschergruppe da gab, was irritierend ist, oder was mich krass irritiert, also dieses Team war da, hat halt Messungen gemacht, wie hier stand, wie viel waren es, 320 Millionen Messungen, also Foto, 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 ganz viel Fotos und die aneinander machen, also da kommt man irgendwann auf eine Wahnsinns Datenmenge und so und konnte wohl ganz viel jetzt rekonstruieren daraus, aber es ist nicht zu finden. Also such mal im Internet danach, du findest nur Artikel aus 2007, 2011 nochmal als alte Sachen, nichts aktuelles, auch auf Wikipedia als nichts aktuelles, Das heißt, diese ganzen Forschungen, die da vor 15 Jahren durchgeführt wurden, haben irgendwie nicht das Licht der Welt erblickt oder wenn du eine Quelle dazu hast, wäre es super, wenn du die mal unten in die Kommentare schreibst, mich würde es wahnsinnig interessieren, was da noch alles bei rausgekommen ist, aber irgendwie ist es nicht zu finden oder die Verwaltung für Altertümer, so heißt es nämlich, Verwaltung für Altertümer, wollte damals nicht, dass es freigegeben wird, kann ja auch sein, also wer weiß, was da der Hintergrund ist. Ja, du merkst, was haben wir jetzt gesehen erstmal, wir haben gesehen, Wikipedia-Artikel offizielle Theorie hat sehr, sehr viele Fragezeichen, wir haben gesehen, es werden immer noch Forschungen durchgeführt, der Komplex ist längst noch nicht komplett erforscht und wir haben gesehen, auch aktuelle Forschungen, die durchgeführt wurden, sind irgendwie gar nicht zugänglich, sind gar nicht zu finden. Gibt es abweichende Meinungen zur offiziellen Theorie außer von Joffrey Drum? Ja, gibt es, zum Beispiel auf einer Webseite, die sich auch sehr intensiv mit den Pyramiden auseinandersetzt, das Isidia Project, die auch sehr viele interessante Artikel zu verschiedenen Strukturen in Ägypten haben, also hier dieser ganze Artikel, hier sind auch dann mal Fotos dabei, von innen und außen und so weiter, also werde ich auch wieder unten drunter verlinken, guckst dir gerne an. Hier mal ein, zwei Zitate, die Pyramide hat eine stufenförmige Struktur, die Untersuchung der Struktur der Pyramide zeigt eine große Anzahl von Umbauten und Reparaturen, die den Maßstab des gesamten Bauwerks stark verändert haben. Nach den Forschungen der modernen Wissenschaftler wurde der gesamte Komplex des Djoser einschließlich der Pyramide selbst während der 26 bis 28 Dynastie detailliert renoviert und restauriert. Also da gab es sehr spät 26 bis 28 Dynastie wann haben wir sie? Also 26 Dynastie 28 das so im Jahr 664 oder Jahr 500 ist jetzt hier angegeben ab 664 bis 332 also da rein fällt auch die 26 bis 28 wahrscheinlich wirklich so ums Jahr 500 da wurde die intensiv restauriert renoviert die innere Struktur der Djoser Pyramide besteht aus einem vertikalen 30 Meter langen Schacht der tief in den Felsen gebohrt wurde der Schacht hat einen rechteckigen Querschnitt 10 mal 12 Meter an den Wänden dieses Schacht sind Dutzende von Tunneln zu sehen die aus verschiedenen Richtungen und auf verschiedenen Ebenen verlaufen Am Boden des Schachts befindet sich eine Struktur aus schwarzen Granitblöcken die fast gesamte Grundfläche des Schachts einnehmen Diese Struktur wird für den äußeren Sarkophag des Königs Djoser gehalten Er befindet sich nicht auf dem Boden des Schachts sondern auf einer Schicht aus zerbrochenen Kalksteinblöcken mit Sternschnitzereien Jetzt interessant Und hier dieser ganze Komplex aus den Granitblöcken der Inhalt dieses riesigen Kastens ist noch unbekannt Auch verrückt Wie kann das sein? Ist man da nicht neugierig? Wundern mich Diese oben beschriebene zentrale Struktur ist wahrscheinlich das Hauptinnere der Pyramide um das herum der gesamte Komplex von Djoser gebaut wurde oder man muss sagen auch später erweitert wurde diese Tunnel die hier abgehen die müssen nicht von Anfang an gewesen sein Also immer im Kopf behalten dieses ganze Tunnelsystem was sich da abzweigt im Innern muss nicht zur ursprünglichen Struktur gehören Eine also der Baumeister Imhotep diesen Komplex dann vielleicht auch erstmal wieder restauriert hat oder bestimmte Dinge erweitert hat, aber möglich bei diesem Projekt, hier ist die Diaprojekt, die gehen auch davon aus. Kann sein, dass die Pyramide schon stand und Djoser das einfach halt auch angepasst hat für sich und zweckentfremdet und übernommen. Ja, noch eine letzte Sache. Hier haben wir es hier noch. Von Graham Hancock. Gefunden, das war in einem Forum gewesen, aber fand ich ganz interessant, die Erklärung hier auch. Im Jahr 2005 leitete Dr. Bruno des Landes die lettische wissenschaftliche Mission zur weiteren Erforschung des Djoser-Komplexes mit Hilfe von 3D-Scan-Technologie und Fotogrammetrie. Hatten wir schon. Im Laufe der zweijährigen Studie konnte das Team eine Reihe von unentdeckten Tunneln und Schächten ausfindig machen, die den Ägyptologen bisher unbekannt waren. Einer davon verbindet das Südgrab mit den Magazingalerien der Hauptgrabkammern und einer führt von unterhalb der Pyramide zu dem großen Graben, der den Komplex umgibt. Jetzt schreibt er hier noch. Erstens ist es praktisch unmöglich, die von den lettischen Missionen veröffentlichten Studien zu finden. Ich habe eine Reihe verschiedener akademischer Quellen durchforstet, ohne Erfolg. Nur sehr wenige Ägyptologen haben sich überhaupt mit der großen Grube oder den relativ neu entdeckten Tunneln befasst, geschweige denn versucht, deren Funktion zu verstehen. Vielleicht hat jemand mehr Glück. Es gibt jedoch zahlreiche Hinweise darauf, dass Saqqara und seine Städte zwischen 2700 und 2600 vor Christus, also als Josa darum gebaut hat, von schweren Überschwemmungen betroffen waren. Es wurde festgestellt, dass im östlichen Teil des Nil-Deltas der Wasserstand des Nils in der besagten Zeit, das heißt um 2600, aufgrund eines instabilen Klimas, das durch vorübergehende Perioden mit hoher und niedriger Niederschlagsintensität gekennzeichnet war, erheblich schwankte. Also, offizielle Theorie sagt, 2600 oder so hat Josa, beziehungsweise sein Baumeister Emotep, die Pyramide gebaut. Jetzt schreibt er hier aber, oder jetzt sieht man hier halt, okay, es gibt Forschungen dazu, die sagen, genau in diesem Zeitraum, 2700 oder 2600 und so, gab es klimatische Schwankungen, die den Niederschlag beeinflusst haben in der Region. Okay, vieles deutet darauf hin, dass die ursprünglichen Erdarbeiten, die Tunnel und Schächte unterhalb der Stufenpyramide, nicht für Bestattungen genutzt wurden. Die Schächte und Tunnel unter der Pyramide umfassen sieben Kilometer Tunnelbau, ungefähr 50.000 Tonnen Kalkstein, ich habe an einer sehr groben Berechnung angestellt, müssen aus dem Grundgestein herausgeschnitten worden sein. Aber warum zum Teufel sollte man das tun oder auch nur versuchen, wenn der Nil das Gebiet 2700 bis 2600 vor Christus regelmäßig überflutete? Hätte König Josa wirklich diese Stelle gewählt, um all diese Tunnel zu graben, wenn der Nil Hochwasser führte, während sich Menschen dort unten aufhielten, würden sie sicherlich ertrinken oder Josas Grabstätte würde regelmäßig überflutet. Also noch ein Problem an der offiziellen Theorie, was hier angeschnitten wird, die klimatischen Bedingungen, Forschungen dazu, die sagen, wenn das stimmen sollte, wie kommt der verrückte König darauf, da unten diese Tunnel zu graben, wenn da regelmäßig Überflutungen stattgefunden haben, wegen dem Klima zu dieser Zeit, den Regenfällen und so. Ja, also Fragen über Fragen zu diesem Pyramidenkomplex, den wir uns jetzt schon mehrfach hier angesehen hatten. Und die Fragen möchten wir also jetzt demnächst genauer klären. Also was es hier mit auf sich hat, mit dieser Pyramide. War die also ein Grabmal? Oder hatte diese Pyramide vor der Zeit von König Djoser in vielleicht einer klimatischen anderen Zeitepoche der Menschheitsgeschichte, also in den Jahrtausenden davor, hatte sie da ihren Ursprung, wurde sie da errichtet und war sie Teil einer vielleicht Struktur von Verarbeitungsprozessen, die in dieser Zeit davor eben stattgefunden haben und einen bestimmten Sinn hatten. Wie gesagt, eingangs in dem Video hat der Joffrey Drumm in seinem Roman schon verraten oder gesagt, naja, dass es um Methan gehen soll. Also das ist da bei dem Bau der Pyramide oder bei den Funktionen dieser Stufenpyramide angeblich um die Produktion von Methan ging. Es sind Stichworte gefallen, Fermentation und so weiter. Was es damit auf sich hat, also was die technische Funktion ist, das werden wir im nächsten Video uns genau angucken und werden das halt mit Dingen belegen, die auch nicht hochkomplex sind. Also die sind nicht unglaublich kompliziert, dass man sowas nur heute herstellen kann, sondern auch Technologien, die sowieso schon in früheren Zeiten genutzt wurden, die nicht unbedingt topmodern sind. Kann das sein, dass die Pyramide da einen ähnlichen Zweck hatte? Und wenn Methan, warum sollte man da Methan produzieren? Was kann man damit machen? Das wäre auch noch eine Frage, die sich dann stellt. Wenn du diese Fragen beantwortet haben möchtest, wenn dich das interessiert, dann hinterlass doch gerne ein Abo bei dem Kanal hier. Kannst du einfach unten anklicken, Abo und Glocke, dann erfährst du, wenn das nächste Video rauskommt aus dieser Reihe oder auch die Videos dazwischen, die andere Themen behandeln. Wenn du Fragen oder Gedanken oder Kommentare hast, immer gern drunter schreiben, freut mich total, da immer mitzulesen. Ich schaffe nicht immer auf alles zu antworten, aber ich freue mich immer über jeglichen Kommentar, der da steht. Ja, ansonsten, also über die Unterstützung freue ich mich, wenn du den Kanal finanziell unterstützen möchtest, um mir mehr Zeit zu ermöglichen, hier solche Dinge zu erforschen und auch bildlich darzustellen, hier zu zeigen, steht auch hier unten drunter, wie das geht, wie du den Kanal finanziell unterstützen kannst. Riesengroßes Dankeschön und das meine ich wirklich immer ehrlich, ich sage das hier immer vor der Kamera, aber ich meine es auch so. Also ein riesengroßes Dankeschön, wenn du vielleicht mit einem kleinen Beitrag monatlich oder was auch immer, wie du dich entscheidest, hier den Kanal unterstützt, da habe ich eine wahnsinns Wertschätzung für. Also ein riesengroßes herziges Dankeschön, wenn du das schon machst. Genau. Ja, und damit freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen, um diese Fragen zu klären. Freue mich auf dich, wünsche dir bis dahin alles Gute und sag bis bald. Bis bald.